ja hallo leute herzlich willkommen zu einer neuen runde ultra rapid fire ich spiele sehr auf der mittlere ich denke mal ich kriege den Major 6 auf die Mitte mal schauen wie es wird ich denke auch mal dass dies das letzte ultra rapid fire game wird was ich aufnehme je nachdem wie es zeitlich genau wir haben es jetzt fast ja wir haben es jetzt 21 Uhr 24 fast halb 10 am 13.4 und bis um 0 Uhr geht das ganze also ist dieser Modus noch verfügbar deshalb habe ich gesagt kommen wenn du seit kriegst nimmst auf wenn nicht ist auch nicht schlimm nimmst auch auf aber seit wer halt schöner gewesen ich habe ihn jetzt auch bekommen ja mal schauen ob ich noch ein game hinterher schmeißen können aber ich glaube nicht dass das was wird weil ich habe morgen wieder Schule je nachdem wie lange dieses game jetzt geht wenn das game zu schnell geht also so und 20 Minuten ungefähr dann manche auf jeden Fall noch mehr ein Traum auch damit daher aber wenn es länger geht dann und ich glaube nicht das war das noch mal verlängert weil wir mussten sie noch ein paar mehr Teams rausnehmen als gerade sowieso schon draußen sind dauer naja wir werden sehen auf alle Fälle bei Settig die Uhr in diesem Modus gehen ab geht's auf die Mittelmeer das war eigentlich das entscheidende wir hätten noch fast gewonnen aber sehr und schon alles ist es wenn man das in Betracht zieht dass wir nur 4 gegen 5 gespielt haben das war eigentlich das entscheidende wir hätten noch fast gewonnen aber sehr und so ist es ist die muss man ja in zwei Prozent überlegen und 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 so komplett das ist ja und die Zerb-Geräuser und das ist es das hat der Klinik in der Zeit und Technik ist das ist er trägt der Punkt nicht die Katze Tonort das ist wahrscheinlich ein Grund warum ich vorhin sich gewandt haben das Schadens haben Leitlinie lustigerweise die meisten sagen seit so ein so Oberpausen Rosanne kaum noch spielte in der Zeitung die Letzten sieben Gäste ich habe ich keine Tat lässt sich obwohl der Gegner sind eindeutig hatte wo ist der Zeltes haben n muss sein und n die ja und ob ich einfach zu tun in dieser Runde so leute für diese Ausdruck ich habe aber er er aber naja kommende ja Das ist ein Schraubiger. Nein, ich kann nichts mehr machen. 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 Der Polk ist hier einfach zu Tode und ich kann nichts machen, das ist kein Problem. Was ich habe getan, kann nicht unendet werden. in der Kirche in der Nähe ich habe uns alle leiten sie in Köln und er will er noch hinterher kommen Briebe die Schadens 3 und auch vom Leben über ihn ja das ist ein Vorteil gegen die jetzt muss ich weg 4 Pia das Schmarrn in der Welt ist schon mal raus und bringt ja allerdings nur kommen und die nämlich bald wieder haben ja das hier habe ich mir schon mal zu hinterher gegratiert ja ich denke der Typ wird es echt wissen Reihen die Händen Mane so erläutert hat sich das etwas scheiß an mir wird heute erledigt Nein! Stop me, nein! Komm, 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 komm What I have done, cannot be undone Balance is weakness Oh, you're following My red path Your enemy has been slain Man Your team has destroyed a turret You follow the wrong master An ally has been slain Your team has destroyed a turret The shadow is within So ... ... ... ... ... ... die der Bund für die Schienen ist der Kurs jetzt kommt er noch mal ein Kind The shadows have enlightened me. No technique is forbidden. Secrets kept our weapons wasted. So is not enough for the This is an I'm a Was ich getan habe, wird nicht unendet werden. Er hat jetzt nur geschrieben No.S. weil er nicht S.S. von mir gelesen hat. Er wird auch nicht mehr genug Schaden machen. So und für alle blöden Idioten noch mal Ping, er fehlt. Soll es nicht mehr, ich bin sicher. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? So Er ist tot. Jax, was sollte das jetzt? Jax, wie soll man mit der Begründung sein? und sind die Stiftung 4 4 das waren das für den Namen der Begründung hat das ein eigenes Leben das Die Wahrheit liegt in der Dunkelheit. Die Schäden haben sich in der Dunkelheit gelegt. Die Schäden haben sich in der Dunkelheit verbunden. Tätig ist diese Depotzentrale. So, dann drücken wir noch mal die Rex. Ich hasse Wukon. So. So. Was ich das Rüstungsschredder und Träume. Oder? Watt. Stimmt. Das kann ich noch aufbauen. So. 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 Zumindest in den letzten Gegend hat er die Bühne gebraucht. Gut, 6 ist tot. Ich leider auch. Aber da hat sich jetzt der Extreger schon gelohnt. Sonst wäre schon gestorben, bevor sich überhaupt tot gewesen wäre. Nichts gewesen wäre. Kommt. Verdammt, ich kann mich nicht in die Teleportierung kommen. An den Worte und... Die Balance ist ein Fools, Master. Ja. 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 Die Ausbildung ist ein Fools. Ja. 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 Ich glaube, er wird sich nicht gerade freuen über den Besuch. Ich glaube, er wird sich nicht mehr verletzt, sondern er wird sich nicht mehr verletzt. und das war so mit dem Geld vorhin vergleiche ich nicht so kre was ist ein Verlangen gegen wir hatten vor allem wiederum bis zum Vorsicht der Spiel die Runde in diesem Jahr hat die jährlich sein ich kann schon wieder so zu tun gebraucht Ich habe die OIT, die erzündet werden sollen. Ich habe die OIT, die erzündet werden sollen. Ich steppe inzwischen zu schnell. Darf nicht passieren. Jetzt hat er mein Teleport abgebrochen. Baron Nasho! Jax! Okay, so wird Barrypuff. Geil. Danke, Jack. Ich glaube mal hier die Lenker kaputt. Das ist jetzt natürlich schwer, dass wir jetzt oben nacheinander fallen. Das ist ein verdammt. 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 so dass es nicht jetzt schon mal ein bisschen besser ich habe auch schon ein bisschen ich hab jetzt gar nicht mehr in den Hextrinkern ist auch wieder ready, allerdings zweifelte ich, dass ich dann wieder reingelte, dass ich nicht nette plattere Ja Leute, ich hoffe das hat euch gefallen und ich schmeiß gleich noch eine Aufnahme hinterher. Ciao.